Guten Tag meine Damen und Herren, hier spricht die Flugkapitän des Activision Fluges nach Flame City. Wir freuen uns, dass sie uns ihr Vertrauen geschenkt haben und begrüßen sie ganz herzlich an Bord. Des Weiteren möchte sich mein Co-Pilot an dieser Stelle auch noch einmal zu Wort melden. Schönen guten Tag meine Damen und Herren, willkommen hier an Bord des Infinity Ward 346. Wir begrüßen sie in einer ganz neuen Maschine, die nennt sich Spec Ops Zerberstung. Wir werden das jetzt mal austesten, wie die Maschine sich so handelt. Nein, Spaß beiseite Leute, wir dachten uns, wir machen mal wieder überleben, wir haben gestern eine Runde gezockt und dachten uns, wir nehmen heute heute einfach mal auf. Wir Bock hatten, dass wir gestern richtig schön gemetzelt haben. Das hat nicht genug Kohle. Aber ich war doch ne Sniper! Egal, das ist eh nicht möglich, mit 25 FPS krieg ich das eh nicht hin zu snipen. Hier, so Quickscope, ey guck das mal, ich Quickscope mit der 5-7 eh. Boah, Hammer. Boah, warte mal, er ziehe mit dem Modell. Dem Modell, boah, 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 bam, boah. Boah, check your fire, verdammte Scheiße. Du hast dir mir Energie abgezogen, jetzt zieh ich dir auch Energie ab. Boah, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Wir können auch nochmal sagen, wer mich spielen sehen will, der muss schon auf meinen Kanal und wer mich spielen sehen will, muss auf keinen Kanal. Auf meinen Kanal auch. Alle auf meinen Kanal, alle auf meinen Kanal. Kein Ding. Ich bin hier hochzuladen, jetzt meine Leitung ist überlastet, kann ich nicht schnell zocken. Ich lade es zweimal hoch, ne? Ich hab ja auch sonst nichts zu tun. Ey, ohne jetzt, boah. Ey, morgen wäre eigentlich wieder so ein Fall, da bräuchte ich ne Capture-Card, ey. Dann kauf dir eine. Ja, mach ich ja noch. Nee, weil wir zocken, machen wir wieder FIFA mit ein paar Leuten. Ah, oh Gott. Einfach immer so aus Raster-mäßig. Standard. Ich weiß auch nicht, weil ich FIFA bei mir einfach so ab. Das ist auch viel schlimmer als alles andere. Ja, ist auch so. Ach, scheiße. Obwohl, am Anfang war es vielleicht noch schlimmer. Naja. Ach, scheiße, welche Runde sind wir jetzt? Für, äh, drei. Ja, vier kommen, glaub ich, für die Jugs, ne? Ja, ja. Alter. Alter! Junge, stift du scheiß Köter. Ja, wir werden schon nicht abhänden. Ey, was willst du mir denn hier? Boah. Boah, halt um die, ey, wie lang, lahm die sterben, ey. Ekelhaft. Sterb. Boah, hier kommt eine ganze Welle an, die Falle weg. Was machst du denn da auch immer? Mach dir doch nicht mal so'n Ärger da, ey. Je, es macht uns nicht weit, wenn wir zocken, ey. Ja. Das schmeckt ja jetzt schon, ey. Irgendwie ein bisschen, äh, aggressionstüchtig. Ich glaub, du solltest mal zum Anti-Aggressionstraining gehen. Ach, das sagt der Richtige. Wer pläht denn hier die ganze Zeit in meinem TS rum? So, äh, in deinem TS! Im TS, im TS hab ich... Ey, ich wollt grad sagen, Alter, in deinem TS hab ich irgendwas verpasst oder so? So, Sturmgewech, warte, nehm wir denn mal. Was kommen denn als erstes? Die AKs kommen als erstes. Ach, scheiße. Das war der falsche, äh, Kaufposten. So, ja, ich glaub auch. Ich wollte Flashes kaufen. Ich geh mal zum anderen. Ich tu mal ein Geschütz. Boah, wenn es nicht so lecken würde. Ah, nee, kostet ja 4000, sondern ein anderes Geschütz. Hast du Fleck bei dir, oder was? Ja, ein bisschen zwischendurch. Und das ist schon. Nicht so schlimm wie eben. So, wir gehen mal wieder hier, würde ich sagen. Nehmen wir ein Geschütz mal wieder hier. So, eigentlich gestern eine richtig geile Taktik. Hä? Wo bleibt denn der Juggernaut? Nee, dann kommt er doch erst Runde 5. Aber dann waren wir gestern einfach mega schnell. Okay. Ich bin ja auch super, heißt du? Wir sind awesome. Ich bin ja auch geil. Das hab ich gerade gesagt. Nee, ich bin geil. Du isst ja was anderes. Ich weiß nicht, wie was du bist. Eher so Lappen-mäßig, ey. Jungen, guck mal. Hält dir wieder einen Finger hin und du nimmst die ganze Hand. Oder wie schaut das aus? Sicher erkennt's mich doch. Boah, geht ja auch mal sterben. Hier ist nicht ein Lappen. Was ist denn da? Die Köter, die Köter, die Köter nerven einfach nur. Boah, was ist mein Magazin so schnell, der Alter? Ach, da kommt er doch. Warte, was? Ja, ich war im Verbruch. Ich habe aber selbst wieder Überlebung. Ah, gut. Ah, ich bin sicher. Hast du eigentlich meine Knarre gekauft, du Lappen? Nein, ich hab aber Flashbacks gekauft. Ja, dann hau mal raus, die Flashes. Ah. Wenn ich das noch treffen würde und das Magazin nicht vorher leer wäre. Ist down. Aber die zweite Flashback-Aktar ist ja noch, äh, hier der Kollege, der hat uns ganz doll lieb. Hab ihn. Wie hat mir der Five-Seven kaputt gemacht? Ne, weil ich den kaputt gemacht habe. Ich hab aber drauf geschossen. Boah, richtig geil auf meine Akashi Infinity Ward. Boah, ey, das wollte ich schon immer noch mal haben. Was geil. Klingt nice, oder? Ähm, was geil. Hey, hey, hey. Ah, ne, ich wollte... Stehst du auf Schottkern im Arsch? Hey, so. Ach, schill. Wen hast du denn gefressen, ey? Hast du dein Klauen durchgerammelt, oder was? Sicherlich, ey. Die geilsten. Piep, piep. Ah, die müssten jetzt mit MP5 kommen, ne? Ja, eigentlich schon. Oder nächster, wo denn quasi 10. Ey, du hast jetzt nicht, jetzt gerade eine Waffe gekauft. Nein, ich hab mir jetzt nichts gekauft. Äh, ich dachte, ich bin immer geil. Jetzt komm ich mit MP5 und jetzt kommst du. Ich komm noch mal, ich nehm. Mit mir Waffe, oder? Machst du hier jetzt richtig kaputt, ne? Ich zerberste die jetzt. Du bleibst gefährlich. Mit der 5-7. Wolltest du dir etwa irgendwie dein Spiegelbild zeigen, oder? Wie wolltest du das machen? Ich hab ein Foto von dir gemacht. Ja, das geht. Da bitte meine Gratis-Kills in Ruhe. Nein, ich stell mich jetzt hier... Was schießt du mich schon wieder an, du Pfeife, ey? In nem Sack, ey. Oh, ja, MP5 aufsammeln. Passt mir. Oh, wer ist das ein Essen-Einer? Komm her. Komm her. Komm her. Eh. Nein, fight, komm her. Nein, ich wollte mir jetzt schnell so ein Geschütz kaufen. Geschütz? Geschütz. Geschütz aus dem Paulaner Garten. In der Schweiz. Und die haben einen richtig geilen Akzent, die heute da stehen. also ich bin fertig, Konzer? ACфф ich musste ja weiter ah, nein, Lappen, Lappen Bl! Bl! Bltt! Wird schon wieder ein Zweiteiler bitte als wäre ich las, das ganz hoch ouwwt, Alter razt wie KP das ist du hast ja eh mal Zeit Du bist ja immer weg, ey. Stiupp an eure Waffe. Aber wieder richtig geiles Deutsch. Das Hochladen ist auch nicht das Problem, da kann ich irgendwas anderes beim machen. Beim Rennen, das ist scheiße. Ja, beim Rennen zock ich Xbox. Ja, könnte ich auch PS3 zocken, aber... Je, du kannst doch auch Xbox zocken. Ja, ist doch wahr, oder? Ja, natürlich könnte ich das. Da muss ich sie aber aus dem Schrank auspacken. Könntest auch mal dir ein neues Dashboard kaufen. Das wäre auch eine Option, die für mich aber nicht in Frage kommt. Die kommt für dich auf jeden Fall in Frage, weil ich dir das zu Weihnachten oder so schenken werde. Ja, genau. Scheißegal, Alter. Kannst mir auch gleich mal... Spammt einfach alle bei Paddy in den Kommentaren, sonst einen Xbox holen. Achso, wir könnten gleich auch mal ein Schildchen wiederholen, ne? Wird mich auch nicht dazu bewegen, mir eine Xbox zu holen. Selbst von Untater Paddy. Genau damit hier. Ach, die spawnen bei meinem Geschützer, das finde ich praktisch. Alter, wann brauchen die Hunde denn drei Hits, um überhaupt mal... Die Hunde, die sind hochgepatcht worden, meine ich. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, ich weiß es natürlich nicht. Ey, das war meiner. Nö, egal, was deiner ist, ey. Durch dein Lead-Spiel sagst du dann auch, dass es meins? Natürlich. Alles meins. Ja. Deine Mutter aber letztendlich gesagt. Uuuuuh. Boah, Alter, schlecht, ey. Ne, überhaupt nicht, der war mega geil. Best, den ich jemals gehört habe. Der war so unnormal schlecht, aber es war einfach geradezu witzig. Hier, das finde ich auch geil, du kennst das schon hier mit der Anzeigetafel. Komm mal gucken. Hier, du kannst von hier lesen, von der anderen Seite ist die unsichtbar. Was, Herbert? Da, die Anzeigetafel, hast du das nicht gesehen? Die da, hier vorne lag. Hier, wo diese Funken sprühen unten. Da lag nichts aussieht. Ne, egal, du kannst nur bei mir in den Aufnahmen hergucken. Ich hab ganz woanders geguckt, außerdem auch. Ja, ja. Ja, ja. Achso, hast du mir da auf den Arsch gekuckt, oder? Hm. Schaut gerne im Arsch, sag ich. Hatte man nicht irgendwann mal eigentlich Granaten, so von Anfang an? Hm, keine Ahnung. Gab's, glaub ich mal, oder? Da war, glaub ich, irgendwas, ja. So war mal meine Änderung, irgendwie. Oh, Hund, 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 Hund. Geh weg, geh weg. Danke. Boah. Wo ist das Wauzi, 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 Wauzi? Komm, Latsch, geh nach Opa. Hör mal Opa, wechsel jetzt mal ein Magazin hier, du. Jawoll. Aufschluss-Serie. Korrekt. So, ich hol mir mal ein MG. Viel Spaß. Ich hol mir mal ein MG. Ja, viel Spaß. Achso, ich hab verstanden, was? Ne, viel Spaß. Ja, ist ja gut, rage doch nicht so ab, deswegen. Wer rage dich grad? So, Griff drauf. Rotpunkt. Ich frag mich grad, ob mein MG überhaupt schon mal irgendwas gekillt. Ach, mein, mein MG, meine Sentry. Ja, meins schon. Meins ist ja auch geil, ne? Aha, aha. Ich will erleben, ob ich das hier gegenüber hinstelle. Alter, scheiße, man, schon wieder Daggernaut. Ähm, magst du die dann mal blenden und so? Ja, ich hab aber nur noch eine, merk ich grade. Ja, ist das praktisch. Ich hoffe, die trifft jetzt. Ist mir egal, ich halt einfach drauf. Kann man, kann man. Kannst du. Ah. Beschuss, Beschuss, Beschuss. Ich geh mal zurück. Außerdem haben wir noch einen anderen. Beschütz unter schweren Beschuss. Deins ist kaputt. Stimmt, das wollte jemand noch... Ah. Ja, weil das trifft man vor der Am 1, komischerweise nicht. Ja, das ist totaler Humbug. Wauzi, Wauzi, Wauzi. Ich hab halt Böse, Wauzi. Du müsste mal mal einen MG nachladen. Ja, ich werd hier... Ja, ich müsste mal in Deckung gehen. Böses Hundi. Was, wir geh weg da, da ist der Jogger. Boah. Ja, ich bin grade auf dem Weg, du Spasti. Hier ist grade ein Hund, der mich zerfleischen will. Und das hat er auch grade getan. Und der liegt auf mir. Du hast keine Selbstdingens, ne? Nicht mehr. Aber ich bin ja hier relativ geschützt. Da kommen zwar welche rein, was sind glaub ich nur normale. Hier liege ich hinterm Tresen. Hab mich schon versteckt extra. Wo ist der Juggernaut hinter dir, hinter dir? Hinter uns. Wir müssten immer die Normalos töten. Ich muss doch meinen MG nachladen. Lad nach, du scheiß MG. So, komm her. Warte, der Juggernaut ist ja nicht down. Ja, das war leicht knapp. So, der MG. Geh mal weg. Ist natürlich meine MP5 fast leer. Hab ihn schon. So, die Modell, die fliegt jetzt erstmal, ich kauf mir jetzt was anderes. MG, Alter. Ja, hab ich auch überlegen, ob ich mir vielleicht eins kofe. Kofe? Ja, ich kofe mir eins. Kofe's dir mal eins? Ja, ich hatte ja gestern zwei. So, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, Schildteam. Welches empfiehlst du denn? Ich hab jetzt das PK, die PKP, aber die MK6, ja, Dingens, diese andere, die so komisch aussieht, ist glaub ich besser. Haben wir die jetzt gekauft. Kann nur ein Delta-Team oder Luftschlag. Ich hole mir meine Predator. Ja. Wollt die mich flaxen? Ach, die haben schon AKs. Hätte ich meine MP5 ja gar nicht aufstocken müssen. Jetzt auch nicht, aber ist egal, kostet ihr nur 7x50. Ja, dann baller ich jetzt noch ein bisschen mit der MP5 rum. Mach mal. So, verschwendet man, Munition. Kein Ding. Na, warum mach ich nächste Runde? Ja, dann mach ich direkt mit der Predator. Hab ich nämlich keinen Bug drauf, ja. Ja, vielleicht spring ich das. Ähm, wie wärs mal, wenn du das Geschütz gleich holst? War dabei. Ja, alles toll. Kriegt der das Ding wohl, wenn ich das hier hinstelle? Weiß ich nicht. Obwohl, warte mal. Ja, doch, von hier müsst ihr das kriegen durch die großen Fenster da. Probieren geht, überstudieren. Ja, stimmt, hast recht. Wie gesagt, ich wär immer noch dafür irgendwie so in den Burger-Town, hinter diesen Dingern da, uns hinzulegen, die Geschütze die Arbeit machen zu lassen. Wenn die reinkommen, einfach kaputt machen. Na, die ist ja langweicht. Die guckt's ja keine Sau an. Fällig. Wo kommst du denn her, Alter? Punkten das je. Von da. Alter, was ist das denn? Warum treffe ich die nicht? Also, irgendwie ist seine Leitung genau so schlecht wie meine. Ja. Also, bei mir hat das grad eben richtig heftig gelingt. Ja, richtig heftig nicht, aber ich treffe halt einfach mal nichts, ey. Du hast einfach nicht das Aim. Boah, Alter! Really? Nur weil dieser schwule AK nicht trifft, ey. Mal eben kurz hier den Drops nachladen. Wenn du die scheiße zählen kannst, dann würde ich auch keine AK nehmen. Die hat eh Rückstoß wie sonst was. Ja, ich merk's, Alter. Ich nehm jetzt auch die ACR wieder. Obwohl, ich kann mir jetzt, glaub ich, so einen Schild-Trupp leisten. Ich geh mal einen Schild-Trupp holen. Oh, kann ich auch mal machen. Mhm. Ich hoffe, das schaff ich jetzt. Ich bin jetzt keine Ahnung. Nachladen. Bin schon nach unten. Ah, das ist eh zu spät. Ich will jetzt... Wir haben keinen freien Platz. Ich hab ja schon eine Predator-Studie. So, jetzt ist die Frage. Ja, die Spawnschirmen jetzt alles bei den Sentries. Das ist nicht so... Ey, warum haben wir denn jetzt einen Pay-Blow? Das ist das Delta-Team. Ach so, ich dachte schon, ey. Die sind doch getroppt. Ich dachte jetzt schon, hä? Seit wann kann man hier einen Pay-Blow aufgeben? Ist das neue Abschuss-Idee oder so? Ja, hab ich ge-cheatet eben schnell. War mir klar, dass du cheatest. Ohne Cheats ist doch langweilig. Wir werden immer getötet. Ich hab auch noch Maut drin. Oh ja, ja. Ich kann gar nicht sterben. Deswegen sterbe ich immer. Oh, mein Schütz ist jetzt auch in Meimer. Ich zerbeerst dich alles. Am Arsch bist du. Bis zu welcher Wave haben wir... Oh, ich fang schon an, Claymoth zu nehmen. Oh, ich fang schon an, Claymoth zu nehmen. Bis zu welcher Wave haben wir es gestern noch mal geschafft, bevor dein Router sich resettet hat? Wir waren bei... Ja, 18? 18? Ja. Weiß ich nicht. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich bin am Sack. Komm. Ich bin die. Leck mir doch am Sack. Du Arschloch kannst mir gar nichts. Du bist nur gottes Kack. Äh. Oh. Oh. Boah, chemische Waffen. Das ist ja mal was Neues da. Wöhr. Schwer auf Eisbecher. Was? Schwer auf Eisbecher? Schwer auf Eisbecher. Oh, Hundis. Böse Hundis. Boah. Der wollte mal einen Delta-Typen töten. So, als Basti. Hast du ihm gegeben? Ne, der wo... Ey, was für Muschi! Wer hat denn auf dich gewollert? Außer ich hab gehört, ey, wo schießt du denn? Warum schießt du auf mich, Patty? Was soll das? Muss das sein? Ich hab nicht auf dich geschossen. Boah. Da liegen so ein paar Claymoths. Teammate down. Ja. Was machst du da? Da langen Claymoths, Alter. Ich wollte eigentlich nur die Claymoths kaputt machen. Ja, das waren meine Claymoths, du, Horst. Ich dachte so, Honk, Alter. Hast du wieder Claymoths geholt? Natürlich. Ich hol mir immer Claymoths. Lappen. Ja, toll. Weißt du, da will ich mal einen Claymoth machen, dann holst du mir nur wieder einen Assist raus. Spaß, die, ey. Das war ja gestern gar nicht andersrum, ne? Nö. Absolut nicht. Ich fand das 3-4 aufgeteilt. Achso, ja, genau. Vor allem erste Runde, ne? Du 10 killst, ich 3. Ja, da kann ich ja nix mehr, wenn du so ein Lappen bist, ey. So, möchtest du irgendwas kaufen? Ne, ich wollte meine Munition aufstocken gehen. So, ich leg jetzt hier wieder Claymoths hin vor, meinen Schütz. Ja, ist ja gut, hat die Fresse. So, fertig. Boah, ey, gehst du mir um Sack, ey. Das ist mein Job. Ich merke, ey, machst du das beruflich? Natürlich. Aber freiwillig. Also, werd nicht bezahlt. Achso, hast du dich da freiwillig für gemeldet? Achso, bist du noch nicht Nervpartner? Naja. Arbeite ich noch drauf hin. Also, hast du noch nicht genug Leute genervt, ne? Ne, ich... Also, beim ersten Selbstmord dann... Kannst, äh... Hundi, 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 Hundi! Geh weg, Hundi! Wer ist das Hundi? Ach, Hundi ist nicht. Boah, das war glatt. Weißt du, Messer ist in einem, der liegt nur am Boden. Ja, da kommen sie doch, meine Lieblingsgarrieren. Dann geh ich direkt mal kurz hier in Deckung. Bei deinem Geschütz. Und nimm mal meine Predator. So, wo ist denn der Typ? Und tschüss. Ach, da kommen auch schon wieder Helis. Ja, besten Dank. Wer ist das hier? Ach, das ist, das ist unser Freund. Ah, Heli, Heli, Heli. Nee, der mitherbestet mich gleich. Ja, mich auch. Den geh ich gerade in Deckung. Und der Juggernaut steht da hinten. Ein Heli ist down. Der Juggernaut ist da vorne bei dir. Ah ne, das war der Juggernaut. Der down ist. Ah, ha, ha, ha! Heli, down. Komm her, Mietz. Zeig dich. Ey, du Spasti, ey. Ich kann ihn nicht sehen, aber er nicht, oder was? So, geht doch, alter. Meine Fresse, bin ich im Arsch. Und jetzt erstmal Selbstwiederbelebung. Das wäre vielleicht ganz geil. Na, ich gerade schon unterwegs. Äh, äh, Selbstwiederbelebung. 4.000. Wucher. Ja, ich auch. Toll rangelegen, meinti, du. Hast du ne Uhr? Wie lange denn wir schon aufnehmen? Oh, pff, ist mir wurscht. 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 Ist mir wurscht. 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 Oh, nee. Ich muss auch gleich mal wieder ein Geschütz holen. Oh, die kommen jetzt mit ACR, glaube ich. Jawoll. Ich habe auch gerade nur wieder meine Munition aufgestockt. Hast du jetzt auch ACR geholt? Nee, ich baller erst die ACR leer. Das könnte ja noch dauern. Hallo? Ey, die laufen einfach an mir vorbei. Ich frag die an. Die laufen ja an mir vorbei. Ja, du bist keine Bedrohung für dir. Ich merk schon, ey. Ich bin hier nur zweitrangig, oder was, ey? Bist ja auch nur mein Copilot, weißt du. Am Arsch bist du hier Copilot für irgendwas. Von wo bin ich denn getroffen, bitteschön, Bitch? Ach, von irgendwo oben, oder was, ey? Meine Fresse. Ja, komm. ACR. Auf geht's. Ihr Schütz. Ja, I know, dass das Geschütz bereits im Einsatz ist. So, ich leg jetzt wieder Claymoth. Ja, halt die Fresse. Geh mir nicht an Pisse, ey. Ach, jawoll. Hey, hey. Das war ne chemische. Jetzt kann man hier Eingang nicht mehr sehen, ey. Ach, jetzt geht's ja. Ich dachte, ich könnte jetzt so ein bisschen headglitschen irgendwo, weißt du? Können wir nicht da, wo du eigentlich sitzt, dann einen MG hinstellen und bei dem anderen Eingang die uns dann vergammeln? Können, könnten wir, könnten wir? Könnten wir, ne? Obwohl, ne, das wird dann wahrscheinlich abgeschossen von den Helis, ne? Wollte sagen, warte, 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 was? Das hier? Ne, das hier wird nicht abgeschossen von Helis. Wird nur vom Dugger oder so abgeschossen, wenn da einer kommt. Abschluss-Serie, ja. Ja, mein Geschütz macht Abschluss-Serie, weißt du? Mach deins. Und wo stehen wir? Meins ist chill, die kommen halt scheiße, die Gegner. Ach, von hinten, du kleiner Schwasti. Lebst noch? Spache. Das Blöde ist halt da, wo es vorher stand, macht das zwar Kills, aber da wird das von den Helis weggebumst. Und da, wo das jetzt chill, macht das kaum. Also, ich meine, du kannst ja da ganz auf, warte mal, wo können wir das noch hinstellen? Hier, kannst das noch hinstellen, so in den Eingang, obwohl, ich weiß nicht, ob das geht. Ah, scheiß drauf. Der MG hat auch noch genügend Uni, ja, von mir aus. Ob das hier wohl Kills macht? Ich habe Zweifel. Wo? Hier. Wenn du hier in die Mitte, würde ich es versuchen. Ne, da glaube ich nicht, weil da... Ja, da steht das ja noch weiter vorne, da wird das auf jeden Fall abgeknallt. Ne, glaube ich aber nicht. Anstatt der Feuer hier. Schau das mal. Ja, mein Geschütz steht halt einfach immer perfekt, ne? Egal, wenn da ein Heli kommt, dann... Da ist drauf. Stellt's halt eben weg. Ja. Wenn ich dran denke. Ich erinnere dich dran. Ähm, ja, da hinten kommt auch noch eine ordentliche Welle. Hey, hallo? Nicht um die Tische laufen, Kollege da. Junge, jetzt müssen wir die wieder abputzen, ne? Jetzt hat er mit seinen Drecksmauken dreckig gemacht. Hallo, gehst du mal da um die Mitte? Danke. Hallo, wo sind die Gegner? Darf ich mit Kaffee kratzen? Wo sind die Gegner? Du bist halt keine Gefahr, weißt du? Ne, die trauen sich nicht raus, die sind vor mir, aber kommen nicht. Ach so, man kann eine ACR mit Rotpunkt nicht mit einer ACR normal aufstocken. Ne, die Magazine sind ja nicht irgendwie dieselben, ne? Hä, wusste du das noch nicht? Selbst wenn nicht die gleiche Tarnung haben, geht das nicht. Ja, hier gibt's ja keine Tarnung zum Glück. Ja, ja, beim Multiplayer. Ne, das geht. Ne, außer das haben die mittlerweile gepatcht, aber am Anfang ging das nicht. Das ist richtig lächerlich. Generell lächerlich, das Spiel. Okay. Ach, 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 ach. Dann hab ich jetzt ein Machtwort gesprochen. Hallo. Das verletzt jetzt nicht. Nein, ACR kannst du auch nicht mit ACR aufstocken. Was? Das geht nicht. Was? Du musst wahrscheinlich schon von denen die aufheben. Ich kann, dass das geil ist, ich kann die ja nicht aufheben. Okay, das backen. Manchmal hab ich grad... Ne, manchmal schon, also du musst gucken, wo du die aufheben kannst. Manchmal kannst du die aufheben. Boah, ist mir jetzt doch zu blöd. Ne, ne PP90M1 liegt hier. Hier kannst du die aufheben, hier liegt eine. Ah. Ah. Sampe. Ah, komm. Komm mal bitte zurück. Das ist nicht gut, Handy. Chemische Waffen, Baby. Chemische. Chemische heißt das. Nicht normale Chemische. Genauso wie China und Chemie. Hat's doch Chemie in der Schule? Ja, leider. Wie warst du, wie warst du in der Chemie? Schlecht. Echt? Oh, ich glaub, ich hab dich abgeschickt. Ja, ey, du sollst dich auf mich schießen, du Spasti. Gibt er mir einen Headshot, ey, was soll das? Warte, ich komm hier hinten hingekrabbelt, wenn das noch geht. Ne, ich glaub, das geht eher schlicht. Schütz unter schweren Beschuss, Spasti. Ey, was? Das ist ja wohl der Fakt schlechthin, Alter. Äh, du, sag mal, ähm. Ja? Ich glaub, ich verblute oft. Bisschen. Ich hab nämlich einfach nur noch... Oh 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 oh. Fünf Sekunden. Ich geh jetzt volles Risiko. Schirp, Schirp, Schirp. Komm, komm, komm! das ist das Leben das weiß ich denke boah meine Fresse die Menü direkt wieder Überlebung holen das muss ich jetzt auch ja das ist immer so eine Angelegenheit mit uns sollte man niemals überleben spielen das ist nur optisch ja das ist Vorführeffekt sonst sind wir immer richtig geil als ob ey Loco Loco? Mr.Univers ach scheiße ich schau wie der verfickt kann er Mr.Univers Mr.Univers oh Gott ey Patty die Selbstverliebtheit kann auch weh tun oder? mhm dann merkt man das ja nicht wenn man schon so stark selbstverliebt ist ne? das ist der Trick dabei ach meinst du so auf Allotricks Niveau? wenn du jetzt hier so ein Flame anfangen willst meinetwegen mhm mir ist doch doch egal ich hab eh kaum Abonnenten nein Spaß aber ich hoffe wenige die Allotricks gucken nein 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 ich hab doch eh gedrückt ich hab eh gedrückt nach dem Video hast du die Hälfte deiner Abonnenten verloren ne hab ich eh nicht nein 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 oh nichts rund nichts rund boah alter 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 geh weg geh weg geh weg ey ich das ist so unlogisch ne? ohne Witz echt komm doch klar egal ich bleed out und jetzt hab ich mich noch selber geflasht ja das ist eben das Problem scheiße zum Glück hab ich ein paar Sekunden dazu gewonnen aber ich hab nochmal noch 13 warte das hilft bring ich mal hier an die Seite oh ich glaub das wird nicht 5 4 3 2 nein da stand der Juggernaut direkt vor deiner Fresse ja das ist richtig heftig Angriffs war der 19 nimm mal hier nach 28 Minuten ja ja ist doch ordentlich passt schon ne? ja das geht schon das passt schon ja ich würde sagen das war's dann das war's fürs Erste wir bedanken uns für ihr Mitfliegen bis zum nächsten jetzt wüssten die eigentlich alle klatschen ja ist doch so wir sind sauber gelandet ah jetzt schreibt mich Mike an Video ja echt jetzt mal Mike was soll das machen muss ich auch noch machen was soll das Mike toll ja ich würde mal wirklich sagen vielen Dank für ihr zugucken fürs Mitfliegen wir hoffen sie hatten einen angenehmen Flug bitte klappen sie jetzt die Sitze hoch und wir begrüßen sie auch nächstes mal herzlich wieder auf der Infinity War 3 3 0 und sagen von Activision auch vielen Dank fürs Mitfliegen bis zum nächsten Mal haha und tschüss und natürlich du weißt es auch komm hast halt Einsatz verpasst ach ja Banane in den Arsch Dankeschön Dankeschön hihihi 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 hihihi